Was machen wir jetzt? Ja, wir gehen erstmal zu Richard, würde ich sagen. Das ist ein guter Plan. Können auch nach Zodorf gehen, ne? Können auch den Dun... Komm, wir gehen einfach zum Dungeon. Gehen einfach in den 5 Dungeon, Leute. Wir haben 3 Herzen. Aber das ist egal. So. So. Da ist ein Herzteil. Da komme ich gar nicht hin. Da kann ich gar nicht hin. Okay. Das ist mies. Das ist richtig mies. Okay, wir haben das zweite Schild. Das nett. Das nett. Okay, hier kriegen wir... Oha. 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 Weg. Du auch. So. Hier kriegen wir definitiv einen Schlüssel. Aber die Schlüssel sind ja nicht gerandomized. Genau. Hier kriegen wir auch noch nichts. Okay. Brauchte ich da oben nicht eigentlich einen Schlüssel? Lol. Okay, ein paar Sachen wurden wieder... Okay, auch hier gerandomized in den Dungeons. Stimmt, wurde gesagt, glaube ich. Da stand da, glaube ich, bei dem Randomized. Äh. Ich hatte ein bisschen Angst. Okay. Äh. Danke. Herzchen. Okay, da hinten ist die Karte. Können wir uns auch gleich holen? Die Rollenstatue steht da, glaube ich, auch nicht. Eigentlich. Äh. So. Okay, ich glaube... Okay. Ich habe einmal zu wenig geschlagen. Stimmt. Das ist dreimal, zweimal, zweimal, dreimal. Dass ich das vergessen habe, Leute. Keine Fee. Sind ich mal gespannt. Okay, hier sind Bomben drin. Äh. Ist hier eine Fee unter? Herzen. Okay, das ist okay. Ein Herzchen ist okay. Hier ist erstmal nichts. So. Oh, bitte lass uns den Hookshot hier wirklich kriegen. Das kann ja auch passieren, ne? Hallo? Hallo? Wenn ich nicht mal... Äh, was? Warum? Okay, wir gehen mal zur Karte. Ach. Oh. Ich hasse diese Fücher. Au. Weiß ich nicht, ist die Karte drin? gewesen? Mal. Zumindest die Chester für? Oder kommt die gleich? Ja, kommt sie. Okay. Mal schauen. Der Kompass. Zack. Danke. Danke, dass das funktioniert hat. Tschüss. Oh, ich hätte Gott gerne den Bumerang. Ich habe ja nur drei Herzen. Das ist halt ein bisschen... Äh, ungeil tatsächlich. Gerade. Ich komme mit der Steuerung komplett durcheinander. So. Äh, ja. So und so. Wuh. Skill. War geplant. Nein, eigentlich nicht, aber... Ist ja egal. Weg. Geh weg. Erziehen. Hier ist die Karte drin. Oh. Boss Kick. Okay. Das Ding ist, den Boss können wir nicht machen und den Hookshot. Also wenn wir den Hookshot hier nicht finden, dann können wir den Boss Kick auch nicht... Äh, den Boss auch nicht machen. Links Awakening mit Controller spielen. Das ist... Wow. Wie man sieht... Ne? Nicht so geil. Äh. Wir haben jetzt kein Item. Das finde ich echt ungeil. Wir hätten dir zumindest was anderes hinlegen können. So. Gehen wir erstmal nach Zodorf. Vielleicht finden wir da was. Oh Gott. Aua. Brauche ich denn langsam mal ein paar Herzteile? So, also wirklich Herzteile? Dann will ich ein paar mehr Herzen ab. Zumindest ein paar. Das wäre lieb. Das wäre wirklich lieb. So, jetzt haben wir das da aktiviert. So, das Varos. Genau. Versetzt. Sehr gut. Und dann gucken wir mal. Hier ist ein Chest. Okay. Warum? Ist da sonst was anderes? Bomben brauchen wir eh gleich Bombenpfeiler. Also von daher können wir das auch. Na gut. Wir haben den vierten Schlüssel. Okay. Oder einen Key in den vierten Dungeon. Wir haben auch sogar wirklich. Okay. Und hier ist eine Kiste. Mit Bomben. Oh, Leute. Ah. Okay. Gucken wir. Ja, wir gucken. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Okay, wir können da die Dings holen. Ähm. So. Die Zaubermuschel, die hier versteckt ist. Zack. Sehr gut. Nicht, dass da wieder ein Loch ist oder so. Gucken wir jetzt wirklich erstmal zu Richard. Das ist, glaube ich, der... Das Safeste, was wir jetzt erstmal machen können. So. Hallo. Zack. What? Das sieht gut aus. Das sah tatsächlich sehr, sehr gut aus. Das ist ein zweier Jump. Pups. Nee. Ist eigentlich ein einer Jump oder nicht? Oh, läuft. Hm. Okay. Ich mach's Casual. Ich würde sagen, ich kann's nicht Casual machen, aber doch. Äh. Okay, Herzchen. Okay. Puh. Wir kriegen sogar den dritten Dungeon-Key. Sehr schön. Man kann den Dungeon von da oben auch anders öffnen. Aber ich mach's jetzt einfach mal so. Und dadurch, dass wir den Kier jetzt haben und die fünf Blätter hatten, können wir, glaube ich, oder geht das Spiel davon aus, wenn das nicht aus dem Randomizer oder dem Randomizer rausgepatcht wurde, geht das Spiel davon aus, dass wir die Sidequest angefangen haben bis hierher. Okay, nein. Oh, das ist vielleicht rausgepatcht. Oder wir müssen den Dungeon erst clearen. Das kann auch sein. Aber wir kommen ja eigentlich nur zu Richard, wenn wir die fünf Blätter haben. Oder wenn wir Sidequest gemacht haben. Wegen dem Stock. Wenn wir dann von dem Affen den Stock bekommen. Ähm. Ja. Okay. So. Zack. 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 Ich will die Kiste. Hier, da ist ein Hardpiece. Okay. Das ist sehr schön. Herzteil nehme ich doch gerne mit. Ich habe einen Schlüssel. Okay, dann ist der wohl normalerweise auch da. Herzteil! Was ist hier nochmal? Irgendwas, was ich nicht machen will, weil ich keinen Wallclip machen kann. Schade. Okay, hier ist auch noch eine Truhe, die wir uns irgendwie holen können demnächst irgendwann. Dann mal. Hier ist eine Tür offen? Hier sind ja auch nur Schlüssel in den Truhen, ne? Ah! Okay, dann können wir das machen. Sehr schön. Wir können uns kurz das holen. Die Karte, okay. Da sind eigentlich Rubine drin, soweit ich weiß. Oh, Herz, danke. Und was ist hier drin? Hier sind glaube ich auch Rubine drin, 200 Stück oder so. Ne Muschel. Okay. Wir können, was die Rubine angeht, glaube ich, auch in vierstelligen Bereich gehen. Ist glaube ich eingestellt. Zack. Ah, Mann. Dann machen wir jetzt auch. Das hier komplett, würde ich sagen. Aua. Okay. Okay. Schlüssel? Hier kriegen wir eine Karte eigentlich her. Irgendwie hier. Genau. Da oben dann. Äh. Oh Gott. Die Bomben brauchen wir nicht unbedingt. Da ist, glaube ich, auch nichts. Nicht mal eine Truhe. Hier ist der Boss-Key. Das heißt, wir könnten den Boss schon machen, aber wir brauchen die... Das Dungeon-Item mal wieder, ne? Ähm. Okay. Oh, Fee. Und zack. Miniboss geschafft. So, ich bin gespannt, Leute. Was kriegen wir in der Dungeon-Kiste? Rubine. Es war so klar, ne? Hehe. Es war irgendwie schon klar. Wir können den Boss jetzt halt nicht machen. Und auch nichts weiteres sonst hier. Start, Select, AB ist nicht so meine Stärke, wie ihr seht. Okay. Das heißt, wir holen uns jetzt erstmal... Ähm. Ähm. Ja. Ne, das nicht. Haben wir schon fünf Zaubermuscheln? Sechs sogar schon. Okay. Das ist scheiße. Ab fünf werden wir uns das Upgrade holen können. Also, eine Zaubermuschel gratis, so gesehen. Aber ist okay. Was machen wir jetzt? Wir haben den vierten Dungeon-Key. Wir könnten den vierten Dungeon schon mal reinschnuppern. Ich glaube, das machen wir sogar. Hier kommen wir tatsächlich sogar lang. Wir kommen hier unten, glaube ich, nicht lang, oder? Nee. Also, das hat sich dann auch erledigt. Okay. Wir sind her. Wir wissen, wir müssen jetzt nur einmal Steור für eine Fertigte. Ja, wir sind stol middel. Bis zum nächsten Mal.